Herzlich Willkommen zu der neuen Episode unseres Zuwikoden Let's Plays. Ich bin Rekta Lien, ihr schaut wie bei der Games4U und wir müssen in ein Gefängnis einbrechen und zwar in das Gefängnis Saunier. Da bin ich mal gespannt, wie das genau funktionieren soll. Erstmal müssen wir hier raus, das Anteil. Das Gute ist, wir sind hier im Grunde genommen schon vorbereitet. Und wir haben die gefakten Schreiben, mit denen wir uns Einlass verschaffen können. Okay, dann machen wir hier mal Freebill. Sollte reichen, denke ich. 27, 29, 23, 22. Ich bin gerade um überlegen, ob wir nicht vielleicht doch nochmal die Leute tauschen sollten. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Weil ich möchte da drin nicht irgendwie aufgeschmissen sein, ganz ehrlich. Ich würde lieber Kai mitnehmen, weil dem seine United-Hacke halt unheimlich stark ist. Use Elevator. Dritter Stock. Hätte ich ja die Party-Member austauschen können, falls das überhaupt möglich ist. Das ist noch eine andere Frage. Wo ist er denn, der Mathieu? Hier unten. Ja klar will ich es changen. Change. Okay. Eject from Party. Gan kommt weg. Der kommt weg. Admit to Party. Wen wollen wir mit reinnehmen? Kai nehmen wir mit. Und wo ist er denn? Die andere, diese mit V. Wo ist die denn? V. Gucken wir mal nach dem Bild einfach. Da war sie doch eben. Valeria hier. Keine Änderung mehr. Diese Information muss aber noch gewechselt werden, damit die hier angreifen kann. So. Die Sache ist damit geritzt. Wir können noch mal ganz runter fahren und gucken, dass wir vielleicht direkt zu Sonia porten. Ich glaube das ging nämlich auch. So. Ja genau, ich will teleportiert werden. Sonia, hier ist es doch. Kann man nämlich direkt hin porten. Das ist auch praktisch. Nun schon sind wir da, wo wir hinwollen. Sir. Jetzt mal ruhig Soldaten. Wir haben Befehle von General Milich höchstpersönlich. Ja Sir. Sind sie tatsächlich? Sir, bitte eintreten. Okay. Jetzt haben wir den ersten Weg haben wir jetzt schon mal geschafft, würde ich sagen. Na dann, ähm, würde ich sagen kämpfen wir. Weil dann können wir nämlich mit ihr hier auch die Rune nehmen. So. Was es hier für Gegner gibt und es ist ein Knast, gibt es Karten? Warum gibt es hier überhaupt Monster ist die Frage. Sollten hier nicht Wachen rumlaufen? Komische Musik hier. Silberne Kette bekommen. Kämpfen wir wieder. Hier machen wir eine Vereinigungsattacke. Na, kommt. Zeigt's denen. Sehr gut. Ich würde, jetzt kriegen wir hier jede Menge EP und so weiter. Ich würde sagen wir speichern hier mal. Was ich ein bisschen unheimlich finde ist halt, dass hier niemand ist. Gefängnis hin oder her. Es müsste doch zumindest irgendjemand da sein. Oder nicht? So, dann mal wieder raus hier. Hier ist auch keiner. Da vorne scheint sie irgendwie runter zu gehen. Ein altes Buch haben wir bekommen. Oh ja, jetzt wird wieder gekämpft. Die Rune wäre immer. Unite Attacke. Ups, nix item. Unite. Okay. Schon mal ein bisschen Schaden verursacht zumindest. Zwei haben wir umgehauen. Genauso muss das. Fünf haben wir umgehauen insgesamt. Sehr gut. Und HP und bzw. XP bekommen wir ohne Ende. Ist der Wahnsinn. Nutzen wir mal den. Ah, okay. Hoffentlich bleibt die Tür auch offen. Jetzt geht es runter in die Eingewalte des Gefängnisses. Auch der Hammer. Brechen wir jetzt ins Gefängnis ein, um einen Doktor zu befreien. Warum gibt es hier keine Zellen? Was ist das für ein Knast? Also wäre ich hier der Architekt gewesen von dem Knast, hätte ich wenigstens mal Zellen rein gemacht. Hier kommen Rune. Unite. Genau. So. Das kriegt ihr da hin. Na alle so umgehauen. Das ist doch schon mal in Ordnung. Damit kann ich ganz gut leben. Wie sie alle Levels sammeln hier. Der Wahnsinn. Ich fühle mich mit der Gruppe eigentlich ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Na ja. Können wir Free Will machen, denke ich. Ja. Ich verstehe nicht warum die so stark sind. Also im Sinne von schwach sind. Aber stark im Sinne von XP. Also normalerweise dürften die nicht so viel XP geben. Und auch gar nicht so viel Geld. So. Okay, jetzt geht es mal geradeaus. Das ist wiederum interessant. Können wir auch Free Will machen. Ah, Gegengift. Wozu Bombe Gegengift? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir brauchen, was wir hier bekommen. Wieder in Kampf. Sonst können wir auch einfach nur Free Will machen. Das ist mir hier alles ein bisschen zu ruhig. Sag ich jetzt mal. Kommt mir nicht ganz sauber vor. Äh, ja. Was ist da oben? Bild von Millig. Die sind zumindest schon mal die Zellen. Es geht weiter runter. Okay. Wer seid ihr? Ja. Euer Ende anscheinend. So. Warum haben wir nicht da auch einfach die Dokumente vorgezeigt? Das verstehe ich nicht. Die hätten doch genauso gelten müssen. Jawoll. Genau so war es gedacht. Und du hast es ja noch besser. Wollen wir jetzt einfach mal erledigt. Im Moment komme ich mir echt stark vor. Das ist nicht schlecht. Okay. Nächste Gruppe. Gleiche Strategie. Hat ja eben gut geklappt. Mal drauf da hier. Mal drauf da. Ein Crit. Das war nice. Mal ziehen ihre geile Rune. Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir auch wieder rum. Kämpfen wir die hier auch gerade. Unite. Na dann zeig 10 mal. Normales müssten wir mit Cremio als Backup auch die 5 schaffen. Ohne irgendwelche Probleme. Und den Rest machen wir so. Crit und so weiter. Das hilft schon mal ganz gut. Mittlerweile trifft auch Viktor einiges. Das finde ich ganz nett. Ein Halbhelm haben wir bekommen. Die haben wir auch noch mal kaputt. Klar wollen wir kämpfen. Zweiten Rune. Also die anderen Runen von den anderen Leuten. Die nehme ich aus einem bestimmten Grund gerade nicht. Und zwar habe ich die Vermutung, dass es hier irgendwo ein Boss geben muss. In dem Dungeon. Oder Gefängnis. Wie auch immer. Eigentlich kannst du es da trotzdem Dungeon nennen. Und deshalb will ich das aufsparen einfach. Damit wir dort so viel Schaden wie möglich dann halt draufhauen können. Denn vor Bossen habe ich logischerweise immer ein bisschen Respekt. So. Komm. Haben wir. Das ist doch super. Was ich wieder für den Quatsch machen muss. So. Warum sind denn da bei dem keine Wacken? Soundsetting 0. Aha. Was bedeutet das denn? Was geht bei dir ab? Ah. Also ist meine Zeit um. Ich bin vorbereitet auf den Tod. Und ich werde die Welt nicht vermissen. Das wäre ein Problem. Wir sind gekommen um dich zu retten. Ihr seid doch diese, äh, diese, diese, ah, tu nicht Gute, die zu meinem Haus gekommen sind. Was auch immer du sagst. Jetzt werden wir dich erstmal hier rausholen. Gute Idee. Gute Idee. Ich fange an, die Sonne zu vermissen. Hat seine Meinung aber schnell geändert. Gute Idee. Gute Idee. Gute fois Boris. Gute Idee. Ups. Du bist bei dir. Du bist bei mir. On Goingilla.